Raus aus der Angst. Nur ein kleiner Wegweiser für Dich. Ein Impuls mit großer Wirkung. Ein Geleit, das wirklich, wirklich wichtig ist. Raus aus der Angst. Wir leben gerade echt in turbulenten Zeiten, die uns einiges abverlangen. Wir dürfen so viel lernen und einiges verunsichert uns, lässt uns verzweifeln oder wir sind kurz davor aufzugeben. Hier möchte ich Dir eins mitgeben. Raus aus der Angst. Rein ins Vertrauen, rein ins Handeln. Komm in Deine Mitte, bleib dort, verweile dort, richte Dich neu aus, sortiere Dich neu. Setze neue Prioritäten, verlasse alte Muster und gib Dich hinein in das Neue. Angst lähmt, Angst macht starr und Angst engt Dich ein. Angst hemmt das Denken, aber auch das Fühlen. Fühle Deine Angst, nimm sie wahr und dann lass sie gehen. Angst ist das Gegenteil von Liebe. Komm in die Liebe, komm ins Vertrauen. Sei Dir gewiss, dass Dir nichts passiert. Versuche etwas Leichtigkeit in Dein Sein zu bringen. In jedem Moment, in dem Du atmest. Konzentriere Dich auf Deinen Atem und wann immer Dich die Panik zu übermannen droht, so halte inne. Tritt innerlich einen Schritt zurück und atme. Es geht immer, immer, immer weiter. Versuche die Welle zu reiten. Wir sind nicht hier, um zu leiden. Wir sind hier, um all die Erfahrungen des Menschseins zu machen. Mit all seinen Höhen und Tiefen. Mit all seinen Gefühlen und Umständen, Situationen und Wegscheiden. Eine Entscheidung beginnt mit einem Willen. Was willst Du? Willst Du glücklich sein? Dann sei glücklich. Willst Du leiden? Dann leide. Deine Entscheidung. Entscheide Dich, ob Du in der Angst bleiben oder ins Vertrauen und in die Liebe sowie ins Handeln kommen willst. Es ist Deine Wahl. Jedes Mal aufs Neue. Wenn Du Humor wählst, so bringt Dir das viel Leichtigkeit in Deinen Alltag. Wenn Du erkennst, dass nichts für immer bleibt, sondern wir uns stetig im Wandel befinden, so findest Du Deine Gelassenheit wieder. Tu Dir gut. Komm in die Freude. Lache. Genieße das Leben und tu, was sich richtig anfühlt. Du brauchst vor gar nichts Angst zu haben. Denn in Dir selbst ist die Kraft und das Bewusstsein, dass Du viel stärker bist, als Du vielleicht gerade denkst. Also rein ins Vergnügen. Fühl Dich ganz lieb umarmt. Alles Liebe, Deine Tanja Hansen Du musst vor gar nichts anfühlen. Untertitelung des ZDF, 2020